Glocken bedeuten für mich auch eine emotionale Seite des christlichen Glaubens. Ich bin in Münster lange zum Studium gewesen und da läuten entweder die Glocken oder es regnet und wenn beides ist, ist Sonntag. Und das gehört so dazu. Die Stimmung der Stadt stören tut es mich überhaupt nicht. Ich habe laute Autos und Flugzeuggeräusche viel störender empfunden. Glocken sind etwas Wunderschönes. Das ist Musik.